Mario Kart 8 auf der Wii U. Wir zocken mit dem Bona, dem Makuso und dem Broser X. Diesmal habe ich mir den Namen behalten. Na was jetzt kippt mein Controller aus? Das ist aber wohl die Wahrseiten. Das ist Sabotage. Spielmodus aktiv. Na dann mal los, liebe Kinder. Wir sind auch noch zu viert. Das werden immer weniger. Ja, ist auch noch heutigen Session die letzte Aufnahme. Vielleicht habe ich ja noch mal Glück und ich kriege den Bona, den, den, den... Natürlich nicht. Wir bekommen natürlich nicht den Donkey Kong. Kriegst du auch nicht. So einfach ist das. Das ist wahrscheinlich eine Schallstrecke, ne? Ja. Kinder, das geht so nicht. Ich muss euch leider bestrafen. Drei, zwöl. Und komm. Och Manu. Ich habe noch niemals einen Superstab bekommen. Oh. Oh. Dip, 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 dip. Wiii. Wuuu. 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 Nicht mehr lange. Aua. Wuuu. 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 Ich wollte ja eigentlich den Pilz klauen. Aber nicht mit mir. Nicht. Nein. 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 Och ja. Bananarama hier. Und ich habe kein Item bekommen. Zum zweiten Mal. Hey. Was denn? Du schießt nur nach vorne, Junge. Das ist aber egal. Wuuu. Ja. Wenigstens fällt es in der Runde. Das ist mit Schieder recht. Nein. Brozyx. Also eigentlich können wir auch zu dritt fahren. Weil... Brozyx ist so, dass immer er ist da. Gänse halt geil, dass wir mit Piste schneller sind. Und ich fahr natürlich auch noch in einem... Weiii. Weiße. Zweiter. Oh ja, so ist das nun mal. Aber gut, ich werde in den zukünftigen Strecken. Also dazu sage ich jetzt nix, ne? Wir verstehen uns ohne Worte. Alter, nimmt die scheiß Regenbogenstrecke da raus. Ist ja nicht so, als ob wir die jetzt hier fast jeden hätten oder so. Ist doch gut so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, nach wieviel Versuchen? 20 oder so? Mir schwört's euch, ich werde jetzt letzter. Das wär nice. Eine Glugtuung für dich, ne? Ja, total. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ey, das erzähl ich der Schweiz. Lutsch ein regular Kreuzzug. Nimm deine komische Trompete weg. Verloppt. Wie er da hinten guckt, weißt? Wie er einfach da hinten guckt, der kleine Dreckige. Oh Gott. Och, Frosch. Frosch. Oh Gott. Wieso ihr? Das bin nur ich. Ja, dann halt du. Hast du keinen Prinzip durch Nachsinnigkeit? Nein, noch nicht. Sie ist schlafen gegangen. Oh fuck, ich hab kein Item bekommen. Oh fuck, ich hab kein Item bekommen. Oh fuck, ich bin schizophren. Und ich auch nicht. Ja. Dann ist gut. Ja. Mach mich mal um den Heini da vorne, mehr oder weniger. Kannst du mal aufhören zu drängeln? Ich bekomm alle, alle schon was. Nein. Oh Gott, ich verru... Alter. Alter. Hahaha. Oh nee, bloß weg hier. Ah, auf dem Bärs kann man nicht so viel versuchten. Hahaha. Zack. 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 Immer diese drei. Ach nee. Komm noch nicht so an ihn ran und er hat auch noch drei Grüne. Heini. Ich krieg hier nur die Blumen, Alter. Wow. Jetzt alle drei nach Händen schießt, Alter. Schön ist, ey, wir weit weg. Warum fahr ich überhaupt bei, doch. Also, dabei sein ist alles. Natürlich gab's früher an der Schule immer so ein extra Zertifikat. So. War das nicht ne Teilnehmerbescheinigung? Ja. Da stand auch immer drauf. Dabei sein ist alles. Scheiße. Scheiße. Hehehehe. Kannst du deine drei Rote dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint? Ja, ja. So. Was nehm ich jetzt für ne Strecke? Schon ewig keine, äh, keine andere Strecke mehr genommen. Oh, was nehm wir denn? Nenn wir mal die. Äh, sie haben wir denn noch nicht gefahren. Die haben wir noch nicht gefahren. Ich hör's auch, wenn wir in diesem Part die Regenbogenstrecke fahren, dann schmeiß ich irgendwas in der Ecke. Mal knapp. Ja. Danke ich habe es kurz vor. Wer ist denn der extracted? Und wie? Hier ist das noch die Regenbogenstrecke. Devin Laguna. Ich glaub ja der Zerbogenstrecke immer. Eigentlich ist das zweit. Ich glaub ja der Pause hat rum wie sie denn so wie sie ihn steht. so ein Speedhacker. Das glaube ich auch so wie der wegzieht, das ist normal. Oder fährt einfach die Runden einfach nur perfekt. Bestimmt der Japana mit den Haufen Punkten bei der ersten hat noch eine Session hatten. Kommt alles raus. Ich hab Bola getrossen, nochmal getrossen. Läuft bei mir. Jetzt alle drei wie einen Stern haben, ey. Ja klar, Alter. Weißt du, der Bruder trifft genau die einzelnen Bananen, die da rumliegen. Man muss sich Ziele setzen im Leben. Ich bin ja Spielerletzter. Mensch. Beschwer dich bei Bola. So. Ne, warte. Oh nö, 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 nö. Mein hier. Doch, 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 doch. Bola, Beschwerde an dich. Warum? Weil du einen Stern hattest. Achso. Und Willi. Du hast auch einen Stern, also beschwer dich nicht. Stimmt nicht. Hat Marcuse hinter mir. Äh. Er hat Pilze. Der hat Pilze. Also sogar einen goldenen. Och man, uuuuuh. Während Bowser noch zwei Grüne um sich rum schwirren hat. Aber da der eh so weit weg ist, hat das... Eh, kein Sinn. Aber ich hab trotzdem einen Stern. Ach, das darf ich nicht weiß. War er sogar fast noch knapp. So, mal schauen, wer von euch da besser um ne Kurve kommt. Huzu. Gerade über die große Trübe gefahren. Mistverdanns. Wo ist es? Oh. Vielleicht. Ich will ihn jetzt platt machen. Letzten Rennen. Aha. Hm. Okay. Oh. Reise. Eine kalte Welt. Und, und. Und letztes Rennen. Keine Weltraummap. Ich will nicht. Ich will aber. Boah. Mano. Mano. Ich hab mich noch nie so sehr gefreut wie in diesem Part. Ich hab meine Strecke bekommen und keine Regenbogenkacke. So. Drei. Zwo. Du, 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 du. Yay! Ich hab Bowser getroffen. Er ist dritter. Nicht schmellern, Alter. Abpfeifen. Abpfeifen. Oh, na bin genau hier auch nicht. Geh weg mit deiner scheiß Faust. Faust auf Faust! Geh weg mit deiner scheiß Faust. Ach so. Was war das? Da kackt mir einer jetzt nicht. Zu alle drei, Alter. Wofa, was mach ich denn jetzt hier schon mit der Scheiße? Bitte, es ist spät. Das schieb ich jetzt einfach mal auf die Uhrzeit. Das schieb ich jetzt einfach mal auf die Uhrzeit. Das schieb... Oh ja, komm, Alter. Ja. Zu spät ist es noch auch nicht. Äh... Nein. Warte mal, Thomas. 2 Uhr. Wie geht da noch? Aktuell ist es 2 Uhr morgens. Ich hab heute gehen müsste, würde ich in zwei Stunden aufstehen. What the fuck? Oh, du musst ja nicht arbeiten. Nö. Wie viele rote habt ihr denn? Ja, ne blaue. Wo wir verarschen jetzt hier. Da ist mein erster Frau Bowser und dann kommt da ne blaue. Na, normal. Ich krieg ja nicht meine Strecke. Und dann knallt er mir die Bananen da rein und ist wieder mit 15 Kilometer Abstand vorne. Weiß da anstatt, dass wir uns mal zusammentun gegen ihn. Hi Nida, aber nein. Gegen Ryo? Ryo ist ja keine Herausforderung. Hahahaha Ja, da er das Spiel hast, der vorgestern hat. Ja, ich ritt stattdessen von dieser Teule. Tut auch nix. Meine Pflanze ist nicht zu unterschätzen. Nimm meine Wichse! Wo? Wo? Was war jetzt aber hier? Mhhh Geh mal weg, geh mal weg, 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 weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh weg, ich hab mich gezockt, du. Mann. Nö! Oh Mann, oh. Das ist unfair. Ich wurde gehackt. Ich hab damit nix zu tun. Die Aufnahme ist gerade kaputt gegangen. Aber Ryo, du bist noch vor Makuso. Ist doch zu. Ja. Oh je, oh je. Ach Gott, ey. Ich hab Silber. Ich hab Silber. Das erste Mal in deinem Leben. Naja, geht. So. Ich danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ciao.